recht herzlich willkommen zur 39 folge von planet nomads ja sind wir hier wieder drinnen und wollen mit unserem auto fahren und das noch nicht ganz voll geladen ist so warte mal da war was okay diese räder sind falsch rum eingestellt das müssen wir es noch dass wir das ändern müssen einmal drücken und so rumlaufen lassen und das gott auch okay und da muss man auch die lenkung einstellen das fehlt auch noch immer auf die andere seite da muss man das auch machen und noch mal so jetzt sollte das richtig rum sein und strom fehlt wohl auch noch gehen wir hier zu dem verteilerkasten switchbox heißt das ding auf englisch so da verbinden da verbinden und von natürlich auch in uns kann wahrscheinlich lenken gut das haben wir 96 prozent und 100 da fehlt noch ein bisschen haben wir auch noch dann lass uns mal gerade gucken dass wir was zu essen kriegen kommen rein die tür geht auch nicht und da gab es ein update 80 83 kein strom mit sie oder wie sehe ich das da fehlt irgendwas aber verbunden ist es doch was ist da jetzt los dann das geht weg gut dran und das verstehe es jetzt nicht überall füllt der strom wie ist das jetzt möglich 10 nummer gucken da und da den kann auch anschließen komisch da geht es nicht rein können wir noch schlafen können wir nicht leertaste geht wieder nicht da ist irgendwas voll falsche taste und ja gehen wir hier mal rüber gucken wir uns das noch mal an da ist kein strom c weggemacht den auch ab machen und dann fett machine auch los machen kann man nicht so anschließen wie geht das ding in benutzung keiner weiß es nur gut dann noch mal hier die verbindung da macht das mal weg die sind jetzt direkt damit verbunden damit verbunden ich glaube jetzt habe ich verstanden kann das sein die switchbox müsste erstmal direkt angeschlossen werden und das alleine oder kann das sein dass das das problem ist ich weiß es nicht so die switchbox noch mal da jetzt verbinden so damit verbinden damit verbinden damit verbinden dort mit dort mit und die tür geht auch noch gehen wir rum auf die fährt maschinen so jetzt haben alles richtig verbunden glaube oder sollte jetzt laufen stehen ja keine roten zeichen dran hier rein leertaste können immer noch nicht schlafen er ist wieder rot irgendwie fehlt der strom jetzt doch überall da jetzt 0 prozent drunter dann gehen wir mal an und wenn man da nix drunter für das rohstoff eigentlich nicht ne das ist jetzt irgendwie komisch da ist doch drinnen oder das ist doch nicht leer oder dann wir das reingepackt und das bitte verteilt steht auch drauf 1 von 12 oder so da ist genug drinnen teilen wir das mal hatte man ging das noch so ne falsch noch mal so jetzt mal aufgeteilt dann mach das mal so rum so da reinlegen das sollte jetzt eigentlich funktionieren er macht aber kein strom ja gut ist total faul oder ich weiß jetzt nicht warum mach den nochmal auf den verbinden mit dem da ist jetzt irgendwie noch was angegangen oder und den auch oder ja jetzt geht er auch jetzt sind beide an und jetzt sollte es auch funktionieren oder kann das sein jeder hat jetzt strom hier nochmal rein gucken aber da geht es trotzdem nicht schlafen geht nicht keine ahnung warum nicht komisch ja der geht jetzt können wir es produzieren auf jeden fall frucht haben wir noch können wir also noch zwei davon machen lassen wir laufen und fleisch geht auch einer da geht nix trinken haben wir noch gut sollte erstmal rauchen reichen jetzt müssen wir das essen nehmen stoppt der war falsch muss wieder zurück sonst geht es nicht so das fleisch ist da gut das können wir auch mitnehmen jetzt muss gleich das andere noch fertig werden dann können wir das auch einpacken ja das können wir nicht machen ok so dann haben wir das genommen jetzt können wir das erstmal essen einmal jetzt sind wir besser unterwegs die tür ist jetzt energiefreich das ist heute mal zu machen oder ja und jetzt geht die nähe auch wenn wir davor laufen aufmachen wenn wir rausgehen geht die dann automatisch zu ne geht auch nicht automatisch zu keine ahnung warum gut so hier ist voll 100 prozent zweimal läuft alles denke ich strom 100 prozent reicht wohl dann gehen wir mal rein und dann gucken wir mal der geht auch mal links gut dann fahren wir mal los nach norden wollten wir kommen wir mal da rein dass wir den norden mitnehmen jetzt gut die sind unter wasser so weiter norden einhalten läuft ne so jetzt fehlt uns wieder sauerstoff halt mal glaube an und stauchen mal auf wir waren hier stehen er hat das zu drücken und dann geht es auch schneller hoch so da oben können wir auf jeden fall sauerstoff kriegen und wir gucken mal hoch dahin ist die insel also müssen wir einfach nur geradeaus wahrscheinlich gut so wieder rein und los geht's stink normal geradeaus war das ne hier geht irgendwie nichts kaputt unter wasser einfach geradeaus tja so ein bisschen rechts oder erstmal luft holen wieder ok ok ist weg dann hier mal wieder einsteigen und weiter geht's ne so kann ja nicht mehr weit eigentlich sein oder fahren wir mal schneller da oben steht jetzt das an die stress signal erkannt wurde oder so aber wo und wie und was ich habe keine ahnung müssen wir was bauen für wahrscheinlich ne oder keine ahnung wo das ist fehlt uns jetzt wieder sauerstoff gehen wir grad hoch mal auftauchen die insel ist noch da gehen wir da jetzt hin ne hier rum fahren tja keine ahnung wo das signal herkam oder herkommt oder wo es ist oder wie ich es finde das ist ein bisschen schwierig so weiter geht's es ging auch umzornen so jetzt müssen wir bald da sein oder ich glaube jetzt kommen wir aus dem wasser und dann ist alles gut oder das müsste ja die küstenlinie sein sieht gut aus joo jetzt sind wir da gut ok aussteigen gucken wir mal was das hier ist oder tja was ist jetzt hier los noch das ist eine pflanze aber biomasse kriegen wir auch nicht mit ja was können wir uns noch hier machen ne einmal ins inventar gucken ich glaube wir essen noch mal was so dann kriegen wir da auch ein paar punkte mehr und dann soll genau überlegen was wir machen hm das sind die klamotten die wir jetzt nicht mitnehmen können wir haben zu viele sachen mit die wir gar nicht brauchten ne auf dieser reise hoffentlich besser da lassen sollen hm frisches was haben wir aber wir brauchen grad keins naja jetzt können wir erstmal nichts machen ja was machen wir mit den sachen jetzt können wir grad nichts machen ich denke mal für die folge soll es aber irgendwie auch reichen dann machen wir nach unterbrechung ich bedanke mich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann Vielen Dank.